Du hast Bock auf geile Massivholzoptik, aber nur langweiliges Sperrholz zur Hand? Kein Problem. Alles, was du brauchst, sind solche Gummistempel und Farbe. Ich verwende hier Holzlasur. Und dann kann es auch schon losgehen. Als erstes malst du das Brett einmal komplett an. Und dann ziehst du die Farbe mit dem Gummistempel wieder ab. Von oben nach unten und wieder zurück. So lange, bis dir die Maserung gefällt. Hört sich schwierig an, ist es aber nicht. Das Beste, die Stempel gibt es in verschiedenen Maserungen. Die Technik eignet sich für eigentlich alle hellen Hölzer. Und du kannst natürlich auch mit Farbe spielen. Wäre diese Idee auch etwas für dich und dein nächstes Projekt? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und für mehr Tipps und Tricks, Kanal abonnieren, Beitrag liken, speichern und teilen.